so ich brabbel euch weiter voll und in welches Level können wir jetzt? na du Noob Drachen! Junge 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 wir können in das Level, das ist aber mit Lava und so bestimmt, ich mag keine Lava aber wir können ja noch in die Villa, eigentlich das komplett erste Level, das ganz erste Level wo ich noch nicht rein bin, warum auch immer da 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 da, geh mal hier rein wow 25, da kann ich mal einen Lutscher kaufen was? Autosave unavailable? bist du dumm? hä? hä? warum? das haut nicht hin ey na sehr komisch hallo oh my oh my can you help us? hordes of ferocious rinox ferocious rinox ähm 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 wir haben den Bürgermeister kidnappt blume so ist doch viel schöner ähm ey warum rennt er vor die Wand? Frosch! was bist du für ein Freak? ähm wir zucken halt mal ein bisschen chillig ey warum? warum rennen die alle weg? was ist mit den los? haben die Angst vor mir oder so? Komm her! Hey, was geht? Ich kicke... Ich kicke den Bot. Auf jeden Fall. Die stehen rum und machen nichts. Die sind total dumm. Oh, hier muss ich schon auch was machen können, oder? Kann ich hier nicht rein? Nee. Noch nicht. Dann eben nicht. Schmetterling. Noch mehr. Irgendwie. Ist es gerade ein bisschen komisch, weil ich ähm... Warum höre ich die Geräusche nicht, wenn ich ähm... Kristalle einsammle? Was ist denn hier los? Was willst du von mir? Der Rhein-Knock ist zu groß, um zu schlagen. Du musst ihn mit dem Zirkel-Button flamen. Ja... Okay. Ey, was sie mir alles erklären, ey? Also, was nicht total logisch ist. Hallo. Warum habe ich hier keine Sounds, wenn ich Kristalle einsammle? Das kotzt mich an. Was ist hier los? Das ist bestimmt wegen der Milch. Ja. Gold. Ran, Junge. Ja. Haha. Fall in den Sack gefeuert. Nein. Und mehr. Vanessa. Hallo, Vanessa. Warum habe ich hier keine Sounds? Ey, das ist irgendwie ein bisschen... Little bit strange. Oder wie oder warum? Vielleicht auch deswegen. Kann ich hier irgendwo hingleiten? Oh ja. Ah, nicht rund... Hä? Nein, 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 nein. Nicht noch nicht. Hätten wir auch noch was. Komm ich da ran? Stimmt. Jo. So, so. Okay. Jetzt kann ich da hin. Ah, schieben. Nein, nein, nein. Mein Kaffee wird kalt. So, jetzt geh ich hier hoch. Mal gucken, was ist... Okay, toll. Wunderbar. Na, er rennt doch nicht! Schwulere Scheißdrachen. Ja, er rennt vor die Wand. Komm. Warum nicht? Ah, da ist ja auch noch was. Cool, also muss ich da auch noch hin. Äh... 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 Wie ich die Knöpfe verwechsel, man. Das ist a little bit... A little... Ey. Das ist nicht wahr, oder? Was ist denn hier los? So. Bis dahin. Jo. Aha! War das jetzt ein Glitch? Hä? Jetzt habe ich wieder Töne, oder wie? Das ist ein bisschen... Hä? Was ist denn hier kaputt? Was ist denn hier los? Also wie oder warum? Oder vor allem deswegen? Boah! Okay, doch nicht. Das... Ist wirklich ein... Bisschen komisch. Naja, was soll's. Ist eben so, ich denke mal, dass... Niemand deswegen sterben wird, wenn ich keine Töne bei Kristallen habe, wenn ich sie einsammle. Und falls doch, dann kann ich da nichts dran ändern, okay? So, wie war'n das jetzt hier? Was kann ich jetzt hier machen? Das Dach... Was soll ich denn hier machen? Oh! Da muss ich rumlaufen? So wie? Jo. Ah, dann kann ich da hin! Ah! Ah! Yeah! Na ja! Cool! Was ist hier noch? Ich bin grad' nicht da, besuche mich... In seiner Heimatwelt ist er gerade ziemlich beschäftigt. Ich soll ihn da besuchen. Geh! Besuchen wir ihn eben da. Warum nicht? Ey, na, Mensch! Was ist denn heute los? Ich bin so bläht jetzt im Zock! Geh mal da hin! Hallo! Was willst du? Hi Spyro! Each time a fairy zappt you like this! Ja! That means your progress is saved! If you get into trouble, you return to the last place you got zapped! Achso, lol! Hier wird gespeichert, wenn ich so'n... Wenn ich so'n Blitz abkriege, wird mein Spiel gespeichert und wenn ich sterbe, komme ich an der Stelle wieder raus. Das ist natürlich schön! Nein! Warum rennst du... Oh mein Gott! Ja, klar! Einfach mal einen Riesenhuhn! Warum nicht? Ist ja ganz normal. Bisschen komisch. Ich versteh's zwar nicht, aber egal. Hey! Hey Dude! Dude! Nein, nein, nein! Sorry! Danke für die Hilfe! Aber ich denke, ich hätte ihn gewonnen... Hä? Wie, was? Versteh ich jetzt grad nicht. Ah, das... Das war's jetzt, oder wie? Und nun? Ah, ja. Hühnereier, du wittje, oder? Das sind Dracheneier. Sanders. Kaffee. Guten Abend. Ja, komm! Hau ab! Hä? Das war das hässliche Hühnchen, das ich jemals gesehen habe. Was ist das jetzt? Ist das wieder... Neue Welt, oder was? Ja, ne neue Welt wieder. Läuft. Okay, ähm... Wait. Ich muss hier noch mehr Eier sammeln. Hm, Schmetterling. Goldener Sauer. Wofür hab ich überhaupt jetzt? Lissert Skaten? Ich muss Skaten? Ja, okay, geh mal halt Skaten. Ich war ja fünf Jahre Skaten damals. Also müsste ich das ja auch kennen. Oh mein Gott. Hallo, Spyro. Hallo. Ich habe diese Gladiator-Trainings-Arena gefunden. Und es macht einen ziemlich coolen Skatenpark. Warte, für einen Test für deine Beleidungskälen? Äh, okay. Ich... Ich muss fünfzehn... Äh, Fichter fangen. Die hier rumrennen. Ja, jetzt sind sie, jetzt bin ich gespannt. Kann ich mir... Ah, okay. Ey, das ist cool. Ey, man kann sogar... Fix, Mann. Haha. Oh. Ich will's wieder haben. Na ja, dann holen wir uns erstmal... Die... ganzen... Teile hier. Die bekommen wir doch so, oder?